Hallo und herzlich willkommen zum Tagesorakel am 05.11. Und wir haben eine Mondpause heute von 15.36 Uhr bis 0.08 Uhr. Also relativ lange. Schaut euch gerne das Video zu den Mondpausen an. Das habe ich ja unten gepostet bei Gefragt, Gesagt. Immer wenn ihr auch eine Frage habt zu etwas Allgemeinem, wo ich ein Video mal so machen soll mit einer Erklärung. Zögert nicht, schreibt mich an. Ja, der Tag beginnt ein bisschen schlaff, sage ich jetzt mal. Im ersten Moment, vielleicht seid ihr alle noch ein bisschen müde. Ja. Warte. Denn hier haben wir erstmal noch die Pik 8 dabei. Wie gesagt, wir brauchen ein bisschen länger. Wir können aber auch, seid ein bisschen vorsichtig heute Morgen, dass ihr nicht stolpert, stürzt, ausrutscht oder so irgendetwas habt, euch anstößt. Das ist immer so ein Zeichen im Tagesorakel, wenn die Pik 8 als erstes kommt. Aber der Tag entwickelt sich gut und vor allen Dingen auch chancenreich. Also hier kommen überraschend angenehme Mitteilungen, auch in Herzensangelegenheiten, besteht heute eine ganz große Chance. Also freut euch da drauf. Das wird ein erfüllender und guter Tag werden. Schön ist auch, ihr könnt es auch immer gut unterstützen. Den ganzen Tag auch euren Arbeitsplatz mit dem Schrank-Git-Würfel, den ich in meinem Online-Shop habe. Link ist unten drin. Schaut einfach mal rein. Und ich sage, bis morgen. Einen schönen Tag allen. Ciao. Einen schönen Tag.